Im Dezember 2021 verkündete Yvonne Katterfeld die Trennung von ihrem Partner und Vater ihres Sohnes Oliver Wnuck nach 14 gemeinsamen Jahren. Seitdem begab sich die Musikerin auf eine Reise zu sich selbst. Sie schrieb neue Songs, in denen sie auch ihre gescheiterte Beziehung verarbeitete und sprach offen über ihre große Bühnenangst, die sie lange Zeit lähmte. Heute ist die 43-Jährige nicht nur total mit sich im Reinen, sondern auch wieder verliebt. Im Gespräch mit Bild am Sonntag lüftete die Entertainerin ein süßes Geheimnis. Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung, so die gebürtige Erfurterin. Viel mehr konnte man der 43-Jährigen allerdings nicht entlocken. Weder wollte Yvonne sagen, wer ihr neuer Partner ist, noch wie er heißt oder seit wann genau sie ihr Herz neu verschenkt hat. Tatsächlich feiert die Sängerin im Jahr 2023 nicht nur die Liebe, sondern auch den Erfolg. Denn vor genau 20 Jahren gelang ihr der musikalische Durchbruch. Der Song Für Dich, produziert von Dieter Bohlen, landete 2003 auf Platz 1 der deutschen Single Charts.